600 Zuschauer sind in den Dreieicher Sportpark gekommen, um sich das letzte Spiel der Aufstiegsrunde der Hessenliga anzuschauen. Der SC Hessen Dreieich trifft auf Eintracht Stadt Allendorf und es geht um alles. Das Team von Gästetrainer Dragan Sikaja kann heute mit einem Sieg die Meisterschaft im Fernduell gegen die SG Barockstadt klar machen. Seine Mannschaft zuletzt aber nur mit einem unentschieden gegen den Tabellenvierten Endersheim. Nun kommt mit Dreieich der Tabellendritte, der zudem nichts zu verlieren hat. Die Mannschaft meldet sich ab und wird in der kommenden Saison durch die zweiten Herren von Eintracht Frankfurt in der Hessenliga ersetzt. Die Gastgebern rot mit dem weiten Ball auf Kassaniti, aber Sahin, der Keeper, rettet vor dem 19-jährigen linken Mittelfeldmann. Der TSV um die schnelle Antwort bemüht, es geht ja um die Meisterschaft. Ball abgelegt für Lindenthal, diese aber am Tor vorbei. Das Team von Tanayalcin mit sehenswertem Kombinationsfußball. Affo! An die Latte. Er ja für Amiri in die Startelf gerückt, dieser unterwegs mit der afghanischen Nationalmannschaft. Viel geht über die rechte Abwehrseite des TSV. Regit! Aber erneut Sahin dazwischen, der Keeper mit einer Glanzleistung bis hierhin. Schnitzer. Gute Übersicht für Kassaniti. Verzögert nimmt Mladenovic mit. Affo! Und Sahin erneut dazwischen. Er zeigt, warum er keine Pflichtspielminute in dieser Saison verpasst hat. Wachs lässt sich etwas zu viel Zeit. Ball gewinnen statt Allendorf. Czechen mit viel Platz. Timo Czechen kriegt nicht genug Druck hinter den Ball der ehemalige U-Nationalspieler Deutschlands. Wachs diesmal mit etwas mehr Platz und der Übersicht. Was für ein klasse Pass für Regit! Aber Sahin hechtet heraus und kann sich den Ball hier schnappen. Wie eine Katze verhindert er den Rückstand für den TSV. Eine wichtige Aktion. So bleibt es beim 0-0-hacken. Der Halbzeitstand. Und es gibt natürlich Nachrichten aus Edersheim. Dort führt die SG Barockstadt mit 0-1. Das würde Stand jetzt den zweiten Platz für das Team von Dragan Sikaja bedeuten. Und nur die Relegation. Das wollen sie natürlich schnellstmöglich ändern. Dann der Eckball. Miletic sieht nicht gut aus. Satorov hat zwar viel Platz beim Abschluss, aber eine Mauer aus roten Spielern vor sich. Danny Klein steht dann goldrichtig und kann den Fehler seines Keepers wieder glatt bügeln. Die Gäste sind jetzt näher dran. Schütze auf Satorov. Setzt sich durch und sieht Lindenthal. Den muss er eigentlich verwandeln. Vier Tore hat er schon gemacht. Das hätte sein fünftes werden müssen. Er stand ohnehin zu seinem Glück im Abseits. In der Defensive von Hessen Dreieich bilden sich jetzt hin und wieder Lücken. Das können die Gäste ausnutzen. Platz für Schütten. Ein unfassbares Tor. Statt ein Tor führt nach 66 Minuten mit 0-1. Jetzt sind sie wieder Tabellenführer. Das haben sie gebraucht. Seinen elften Saisontreffer perfekt erwischt. Auch wenn Miletic da nicht optimal aussieht. Und natürlich haben sie jetzt Oberwasser. Die Psychologie auf der Seite des TSV. Und ganz viel Platz für Satorov. Aber der hätte lieber Lindenthal oder Wiesner in der Mitte mitnehmen sollen. Die Antwort der Gastgeber. Der Eckball auf Kasaniti. Direkt in die Arme von Schahin. Das Spiel hat jetzt nochmal an Fahrt aufgenommen. Dann Rejic mit dem nächsten Klassepass für Nino Kasaniti. Aber Schahin schon wieder dazwischen. Er wird heute schlecht von diesem Duell gegen den Stadtallendorf-Kieper Trott. Aber noch haben sie Zeit. Hat er Zeit. Kasaniti emsig. Wieder über links. Und diesmal hat er die Übersicht für Wachs. Der Ausgleich. 77. Minute. Marc Wachs mit seinem sechsten Saisontreffer in der Mitte alleine gelassen. Und hier sehen wir, was das der Mannschaft bedeutet, hier zu treffen. Gut verarbeitet. Direkt abgeschlossen. Und so die Partie wieder vollkommen offen. Nun die Freistoßgelegenheit. Perfekte Position für Toni Rejic. An die Latte. Er entscheidet sich für die Torwart-Ecke. Und da wäre Schahin wahrscheinlich nicht mehr dran gekommen. Ein super Abschluss. Hier fehlen nur Millimeter zur Führung. Die Männer in Rot machen jetzt weiter. Rechts läuft Alempic mit. Der mit richtig viel Tempo sieht Gavric. Die Riesenchance für den Innenverteidiger. Dejanowic. Noch ist es nicht vorbei. Hat die Übersicht für Speck. Klasse gespielt. Gavric! Hessendreich macht das Tor in der 90. Minute. 2 zu 1 durch Jubisa Gavric. Der hat Ewigkeiten nicht gespielt. Wird jetzt nochmal eingewechselt. Das ist ein Innenverteidiger. Und er haut den TSV Eintracht Stadtallendorf von seinem ersten Platz runter. Denn nach Abpfiff wird klar. Barock statt. Fohlder-Lenatz hat gewonnen und ist Tabellenführer. Wird Meister. Und die Gäste aus Stadtallendorf sind jetzt nur noch Zweiter und müssen in die Relegation. Der SC Hessen Dreieich, der so in dieser Form nie wieder zusammenspielen wird, kann nochmal einen gelungenen Abschied feiern. Und auf der anderen Seite natürlich die enttäuschten Gesichter aus Stadtallendorf. Am 8. Juni geht es weiter mit der Relegation. Die Hoffnungen vom direkten Aufstieg sind nun dahin.